Hallo und herzlich willkommen bei GunTech Austria. Im heutigen Video geht es um den 9 Reloaded Speedloader. Dieser kann für alle gängigen Magazine genutzt werden, indem man den Adapter passend auswählt. In meinem Fall nutze ich die Walter PDP Magazine. Wir haben hier eine Schiene, über welche die Patronenhülsen aufgenommen werden. Der Speedloader funktioniert wie folgt. Das Magazin wird eingeführt bis es arretiert und anschließend werden die Patronen direkt aus der 50 Schuss Packung aufgenommen. Nun wird dieser Hebel betätigt und mit jeder Betätigung wird eine Patrone geladen. Nun sind 15 Schuss geladen. Vergleichen wir nun wie lange es dauern würde zwei Magazine mit je 15 Schuss zu beladen und anschließend einmal den gleichen Versuch mit dem 9 Reloaded Speedloader. Das Laden dauert ungefähr eine Minute 14, wobei schon mit großem Kraftaufwand verbunden ist. Vergleichen wir es nun mit dem Speedloader. Nun der Vergleich mit dem Speedloader. Daher kann ich jetzt auch mit dem Speedloader. Beide Magazine sind in nicht mal der Hälfte der Zeit geladen, wobei es wirklich mühelos geht durch das, dass der Hebel so groß übersetzt ist. An dieser Stelle möchte ich mich noch gern beim Alex von Lehmann Trading bedanken für den guten Service und den schnellen Versand. Den Link zum Produkt packe ich euch unten in die Beschreibung. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bis bald bei Gantek Austria.